Heute gibt's Kugelkopf-Raketen von Magnum und zwar sind das hier die Magnum Shell Rockets 1,5 Inch. Sechs Raketen sind da drin und wir haben insgesamt 107 Gramm NEM, also nicht die maximal zugelassene Gesamt-NEM, weil die wären nämlich 20 Gramm pro Rakete. Wir haben hier auf jeden Fall sechs verschiedene Effekte und deshalb testen wir natürlich auch alle mal durch. Viel Spaß! Alle sechs probieren wir mal. Oh, da wäre auch dieser Stab dabei gewesen. Oh ja, Tatsache. Die können wir auch nutzen. Warte, ich werde schon mal den Stab einführen. Oh, wir können doch das hier. Oh nein, scheiße. Der Stab ist vorbei. Ja, ja. Ja, ich mach nichts mit dem Stab einführen. Okay. So, wir starten hier mit so einer Effekt-Rakete. Boah, der ist da schon wieder. Junge, der war aber ordentlich. Ja, ein bisschen schwächer. So, die nächste. Weiter geht's. Die fünfte. Die fünfte. Boah. Boah. Wie die knallen. Wahnsinn. Jetzt die sechste. Tja, und wie sieht das Fazit aus? Es sind auf jeden Fall unglaublich laute Raketen, weil die ziemlich tief explodieren. Aber vom Effekt bis auf die erste Rakete leider eher nicht zu empfehlen. Untertitelung des ZDF, 2020